Ich fordere Davy Jones heraus. Ich nehme die Herausforderung an. Du bist weder tot noch kurz davor zu sterben. Zu welchem Zweck bist du her? Jack Sparrow schickt mich seine Schuld zu begleichen. Zu welchem Zweck bist du her? Jack Sparrow schickt mich seine Schuld zu begleichen? Ach, tut er das, ja? Ich bin wahrlich geneigt, dieses Angebot anzunehmen. Oh. Der Brosche ist nicht hier. Er muss von der See verschlupft worden sein. Ich bin die See. Ihr werdet Zeit brauchen, um in Ruhe nachzudenken. Sperrt ihn ein. Was ist mit den Überlebten? Es gibt keine Überlebenden. Ihr habt eine Schuld zu begleichen. Ihr wart Käpt'n der Black Pearl, 13 Jahre lang. Das war unsere Abmachung. Äh, genau genommen war ich nur zwei Jahre lang Käpt'n. Dann hat man ganz fies gegen mich gemeutert. Dann wart ihr ein bedauernswerter Käpt'n. Aber ein Käpt'n wart ihr trotzdem. Habt ihr euch nicht all die Jahre immer selbst vorgestellt? Als Käpt'n Jack Sparrow! Ja, ja, ja! Beutelung! Sie wird uns nichts tun! Volle Fahrt hinein in den Abgrund! Seid ihr wahnsinnig? Ha! Hast du Angst, nass zu werden? Seid ihr uns nicht! Jammer dich nicht. Oh, oh, oh. Aber ich frage mich, Sparrow, wie kommst du damit klar? Kannst du einen unschuldigen Mann, einen Freund in deinem Namen zu einem Leben in Knechtschaft verurteilen, während du weiterhin frei bist? Ja, komm ich gut mit klar. Wollen wir es mit Blut besiegeln? Ich meine, Winte? Drei Tage! Drei Tage! Drei Tage! Drei Tage! Jack Sparrow. Jetzt ist unsere Rechnung beglichen. Der Käpt'n geht mit seinem Schiff unter. Wie's aussieht, kann nicht mal Jack Sparrow den Teufel bezwingen. Öffnet die Truhe! Öffnet die Truhe! Ich will es sehen! Komm schon! Komm schon! Der Fluch seist du, Jack Sparrow! James Norrington, fürchtet ihr den Tod? Ich fasse das als Nein auf. Nettes Schwert! Fürchtest du den Tod? Du hast ja keine Ahnung. Du warst vieles, David Jones. Aber niemals grausam. Du hast deine Aufgabe verraten. Und somit dich selbst. Und du hast das versteckt, was immer mein hätte sein sollen. Geilpso. So... Nein! Oh! Ah! 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 Mister! Habt ihr nicht was vergessen? Ich bin ein Herzloser! Stopp! Ah! 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 Du bist ein grausamer Mann! Jets! Das ist alles eine Frage der Perspektive. Ist das so? Ah! 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 Ich werde nicht zulassen, dass du mein Urteil verhinderst! Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020